Ja, herzlichen Dank und danke auch nochmal für die Einladung. Ich glaube, Fernwärme und Wärmepumpen war lange eher Konkurrenz und ich glaube, jetzt kann man das besser auch zusammendenken. Ich möchte in den nächsten Minuten vorstellen, was die MVV zur Dekarbonisierung der Fernwärme tut. Ich möchte da insbesondere auf das Thema Wärmepumpen und auch da besonders auf Flusswärmepumpen eingehen und dann natürlich jetzt unser Pilotprojekt, an dem wir jetzt auch tatsächlich schon richtig arbeiten, in den Fokus rücken. Die MVV ist ein großer Regionalversorger, ähnlich wie die EWE, etwas kleiner, ist auch in ziemlich vielen Geschäftsfeldern aktiv. Im Vergleich zur EWE eher städtisch geprägt. Unser Kerngebiet ist Mannheim und die Region um Mannheim. Das ist der aktuelle Stand unseres Fernwärmenetzes. Es ist eines der größten, die wir in Deutschland haben. Nicht ganz so groß wie Berlin. Mannheim ist nun mal nicht Berlin, aber trotzdem sehr, sehr groß. Mit einer sehr hohen Anschlussquote von rund zwei Drittel der Haushalte und einer Spitzenlast von 900 MW. Wir kommen aus einer Zeit, in der das zu 100% von der Kohle aus dem Großkraftwerk Mannheim gedeckt wurde. Günstige Abwärme aus der Kohleverstromung und seit kurzem als ersten Schritt einer etwas emissionsärmeren Wärmeerzeugung auch aus einem Heizkraftwerk, was mit Restmüll befeuert wird, aus der Friesenheimer Insel im Norden. Von dieser zentralen, auch relativ wenig technologiediversen Struktur werden wir in Zukunft wegkommen müssen. Ich habe es gerade schon gesagt, der erste größere Schritt war der Anschluss der thermischen Abfallbehandlung an das Fernwärmenetz. Das kann rund ein Viertel der Fernwärme jetzt schon emissionsarm decken. Weitere Schritte, die wir jetzt angehen, sind die Errichtung von Besicherungsanlagen. Sprich, erstmal darum kümmern, dass wir tatsächlich an dem Großkraftwerk Mannheim auch eine Anlage abschalten können und es trotzdem, selbst wenn Anlagen ausfallen, zu jeder Zeit Fernwärme für unsere Kunden bereitsteht. Und dann wird es auch schon spannender. Wir haben einige Projekte in der Mache. Eines davon ist das, wo ich gleich weiter darauf eingehen werde, die Flusswärmepumpe in Mannheim-Rheinau. Wir sind auch dran, eine Klärstammverwertung in das System einzubinden, unser bestehendes Biomasse-Heizkraftwerk auch an die Fernwärme anzuschließen. Biomasse-Heizkraftwerk bedeutet bei uns Altholz, also gleichzeitig auch eine Entsorgungsaufgabe und auch das bestehende Heizkraftwerk noch effizienter zu nutzen, in dem nicht nur aus den Kesseln die Wärme direkt genutzt wird, sondern vielleicht auch auf dem Rauchgas. Auch da kommen dann Wärmepumpen schon wieder ins Spiel. Und darüber hinaus wird es eine Lösung geben aus vielen Bausteinen für das zukünftige Wärmesystem. Da sind sicherlich zwei nochmal besonders hervorzuheben. Das eine ist die Tiefengeothermie. Wir haben in Mannheim, wie im ganzen Oberrheingraben, eine sehr, sehr gute Geologie, die eben geeignet ist, auch ohne Wärmepumpen sehr hohe Temperaturen von rund 150 Grad in 3.500 Metern Tiefe aufzufinden. Das ist unser Ziel. Gebohrt ist auch das noch nicht, wir sind in der aktuellen Erkundung. Biomasse spielt weiterhin auch eine Rolle, wenngleich das eher, und das wird man auch auf der Folgefolie nochmal sehen, nur einen kleineren Teil ausmachen wird. Und dann kommen wir schon zu dem großen Thema Flusswärme, wo wir in Mannheim vor allem mit dem Rhein, aber auch dem Neckar eben zwei große und vielversprechende Flüsse vor der Haustür haben. Industrielle Abwärme steht bei uns auch auf dem Programm. Da haben wir jetzt aber noch nicht so den einfachen, den Quick-Win gefunden, wo wir mit wenig Aufwand viel thermische Energie ins System kriegen, wird in Zukunft wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, aber auch nicht dominieren. Und so haben wir uns das Ziel gesetzt, sehr ambitioniertes Ziel, wie ich finde, bis 2030 dieses System schon auf vollständig erneuerbare Energien umzustellen. Somit in acht Jahren wirklich emissionsfrei Fernwärme für unsere Kunden bereitzustellen. Und das Ganze, man sieht es ja auch bei uns, tatsächlich auch ohne Gas in größerem Umfang, höchstens kurz- und mittelfristig in den Besicherungsanlagen, wenn dann eben andere Anlagen ausfallen. Ich habe hier mal die Zahlen mitgebracht, wie so ein zukünftiges System von der Leistung und Wärmearbeit aussehen könnte. Das ist eine Studie, die kommt nicht von uns, die kommt vom BUND Heidelberg und dem Aktionsbündnis Mannheim und Heidelberg Kohlefrei. Die ist tatsächlich deutlich näher an dem, was wir auch sehen, als die Studien, die vor zwei, drei Jahren auch in unserem Auftrag erstellt wurden, weil diese Studie eben das Ziel der Klimaneutralität 2030 auch schon aufgegriffen hat. Und da sieht man, Tiefengeothermie wird in der Wärmearbeit einen relevanten Bestandteil ausmachen und ein Drittel, auch die thermische Abfallbehandlung, sehen wir langfristig in dem System, mittelfristig mit CO2-Abscheidung, dass auch das eben klimaneutral ist. Und dann gibt es noch so kleinere Bausteine, das eine ist Altholz und das andere ist Biogas, so als vielleicht etwas flexiblere Energieträger. Und ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Flusswärme, um da eben das thermische Potenzial, vor allem des Rheins, mit Wärmepumpen für die Fernwärme nutzbar zu machen. Das sehen wir so im Umfang von rund 100 bis 150 Megawatt. Hängt natürlich ganz stark davon ab, wie sehr jetzt irgendwelche anderen Anlagen, wie zum Beispiel die Geothermie, sich realisieren lassen oder auch nicht realisieren lassen. Wir reden dann davon, dass wir rund ein Fünftel bis ein Viertel der gesamten Fernwärme mit Flusswärmepumpen langfristig erzeugen wollen. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassend, worin unterscheiden sich jetzt große Wärmepumpen und insbesondere große Wärmepumpen für die Fernwärme von individuellen, kleineren Gebäuden oder quartiersversorgten Wärmepumpen. Der größte Vorteil ist, wir können natürlich große Wärmequellen wie den Rhein erschließen, was individuell kaum möglich ist. Das Ganze führt dann auch noch zu Skaleneffekten. Wir sind spezifisch schon ein Stück günstiger. Wir können es nutzen, dass wir nicht nur eine Flusswärmepumpe haben, sondern auch noch mehrere Anlagen. Sprich, wir können sehr systemdienlich auch fahren und strommarktoptimiert und zum Beispiel in Zeiten hoher Strompreise dann andere Anlagen, wie zum Beispiel Biomasse, eher fahren und wenn die Strompreise niedrig sind, dann eben bevorzugt mit Wärmepumpen die Wärme bereitzustellen. Auf der anderen Seite, Sie haben es gesehen, ist ein altes Bestandsnetz in Mannheim. Wir haben unglaublich hohe Vorlauftemperaturen. Wir erreichen im Winter bis zu 130 Grad, zugegebenermaßen selten, aber 110 Grad kommen relativ häufig im Winter vor, was natürlich die Effizienz einer Wärmepumpe und auch den Anspruch an die Wärmepumpe oder den Anspruch an die Wärmepumpe deutlich erhöht und die Effizienz sinken lässt. Genehmigungen sind dann natürlich auch ein Thema, teilweise ein größeres Thema, weil ich dann mit zum Beispiel bedeutenden Mengen Kältemittel auch arbeiten muss oder Lärm ist dann nicht mehr nur der Nachbar, sondern der weitere Umkreis, den ich vielleicht beachten muss. Tatsächlich sehen wir für diese Art von Wärmepumpen relativ wenig Projekte in Deutschland und somit relativ wenig Erfahrungen bei uns als Versorgern, aber auch bei Planungsbüros. Und das ist ein Thema, was wir jetzt ändern möchten, ändern möchten mit vier anderen Industriepartnern, dem AGFW und zwei Forschungspartnern in dem Reallabor der Energiewende mit dem Namen Großwärmepumpen in Fernwärmenetzen, wo eben an fünf Standorten Großwärmepumpen für die Fernwärme errichtet werden und dann betrieben werden, woraus man sich Erkenntnisse sowohl bei der Errichtung als auch bei der Einbindung als auch dann bei der optimierten Fahrweise und vielleicht sogar bei der Regulatorik erwartet. Ich möchte jetzt dann auf unser Projekt, das ist hier auch schon leicht gehighlighted, weiter eingehen und so ein bisschen mehr dazu sagen, wo wir stehen und vor allem jetzt, was sind unsere Gedanken, wie begegnen wir diesen Herausforderungen, die ich gerade genannt habe. Ja, Wärmequelle, wir haben den Rhein als Wärmequelle. Die Dimension ist nicht das Problem, auch bei Niedrigwasser haben wir mehr als genug Wasser zur Verfügung. Sorgen macht uns manchmal nur, zumindest jetzt im Vorfeld, die Betrachtung da im Winter. Fünf bis sechs Grad ist so das durchschnittliche Minimum im Winter, da können wir die Wärmepumpe weiter betreiben. Wenn es dann aber unter drei gibt, haben wir halt ein Problem, kommen in die Gefahr der Vereisung und können die Wärmepumpe dann nicht betreiben, sind aber eben der Meinung, dass das wirklich in einem von 20 Wintern und zukünftige vielleicht sogar noch weniger passieren wird. Zur Wärmesenke habe ich schon einiges gesagt. Möchte ich jetzt nur kurz darauf eingehen. Wir leiden unter den hohen Vorlauftemperaturen in dem Fernwärmebestandsnetz. Darum haben wir uns entschieden, nicht direkt in den Vorlauf einzuspeisen, sondern den Umweg über den vorhandenen Wärmespeicher zu gehen. Das ist ein druckloser Wärmespeicher bei 98 Grad im Winter, sodass die Wärmepumpe hier nur diese bis zu 98 Grad im Winter bereitstellen muss. Kältemittel ist ein Riesenthema, vor allem dadurch, Sie werden es auch in der folgenden Folie nochmal sehen, dass wir hier über zweistellige Tonnenbeträge in Kältemittel für eine 20 Megawatt Wärmepumpe reden. Die ganze Diskussion wurde bei uns lang geführt. Wir sind dabei gelandet, ein synthetisches Kältemittel zu verwenden, einfach weil es die Option war, die am Markt auch einigermaßen schnell verfügbar ist, weil es Referenzprojekte gibt und weil zum Beispiel Ammoniak als Kältemittel, was grundsätzlich natürlich ein sehr gutes Kältemittel ist, an dem Standort nicht genehmigungsfähig ist. Ich habe jetzt einiges schon über den Standort gesagt. Der macht uns aktuell ein bisschen Sorgen, ist natürlich Bauen im Bestand und in einer systemkritischen Infrastruktur jetzt mehr denn je. Grundsätzlich bietet er aber die optimalen Voraussetzungen. Den Speicher habe ich schon erwähnt, aber wir haben hier vor allem eine vorhandene Flusswasserinfrastruktur. Die wird, wurde für Kuhlzwecke bislang verwendet, insbesondere der Block 7 ist jetzt allerdings in Netzreserve, benötigt das Kühlwasser in der Regel nicht mehr, sodass wir hier nicht nur auf den rund einen Kubikmeter der Sekunde, den wir jetzt für diese Wärmepumpe entnehmen wollen, Zugriff haben, sondern auch noch für weitere Projekte. Und ein weiterer wesentlicher Punkt, Genehmigung war an dem Standort kein Thema, solange wir innerhalb der bisherigen Genehmigungen bleiben, weil es jeweils nur eine Anzeige nach Wasserrecht und Emissionsschutzrecht bedeutet hat. Genau, jetzt kann ich mal so ein paar Skizzen mitbringen, wie sieht es aus für uns als Kraftwerksbetreiber relativ unspektakulär. Erstmal von außen 20 mal 20 mal 11 Meter schockt uns jetzt auch nicht, kriegt man auch noch ganz gut auf dem Gelände unter. Ja, und ist eben ein zweckmäßiger Bau, schallisoliert, um da eben keine zusätzlichen Schallemissionen zu verursachen. Das Herzstück der Wärmepumpe oder der Wärmepumpenanlage ist natürlich das Wärmepumpenaggregat. Hier haben wir uns in der Ausschreibung für Siemens Energy entschieden und für eine Wärmepumpe, die eben rund 20 MW bereitstellen kann. Das Ganze unterscheidet sich natürlich ein bisschen davon, wie warm ist zum einen die Quellentemperatur des Rheins, zum anderen die Senkentemperatur der Fernwärme. Und damit schwankt auch der COP etwas, sodass wir im Jahresmittel wahrscheinlich um einen Wert von 2,7 bis 2,8 landen werden. Wohlgemerkt bei der Einbindung in den Speicher mit rund 98 Grad. Wir reden hier aber natürlich schon über ordentliche Dimensionen. Die 18 Tonnen Kältemittel habe ich schon erwähnt, aber auch die Anlage ist natürlich schon ein ordentliches Aggregat und erfordert dann schon teilweise dann doch noch spezialisierte Komponenten. Die Wärmepumpe wird zurzeit in Schweden von Siemens Energy gefertigt und vermutlich im Januar, Februar an uns oder nach Mannheim geliefert. Wie sieht das Ganze jetzt auf dem Zeitstrahl aus? Wir haben im Frühjahr 2021 den Förderbescheid bekommen, dass eben unsere Wärmepumpe als Teil des Reallabors der Energiewende gefördert wird. Und relativ kurz später konnten wir dann bei uns auch wirklich den Investitionsbeschluss durchführen, die Verträge mit dem Großkraftwerk Mannheim schließen. Das Großkraftwerk Mannheim, das ist vielleicht hier nochmal zu wichtig zu erwähnen, ist nur eine Minderheitsbeteiligung von MVV. Sprich, wir haben hier nicht den vollständigen Durchgriff, sondern sind mit den Kollegen, die für uns auch die Bauleitung machen, da immer im Austausch, aber auch immer in gewissen vertraglichen Konstrukten. Nach dem Investitionsbeschluss wurde dann natürlich das zeitkritische Bauteil Wärmepumpe ausgeschrieben und Ende 2021 dann auch bestellt. Ja, und dann wollten wir im April starten. Da haben dann auch unsere Vorstände gemeinsam mit der baden-württembergischen Umweltministerin den Spatenstich durchgeführt, bis dann tatsächlich der Bagger kam. Es sind nochmal zwei Monate vergangen, was dann vor allem damit zu tun hatte, dass wir eben in einigen Gewerken mit den Ausschreibungen in die Zeit des Beginn des Krieges gefallen sind, wodurch sich das Projekt nochmal minimal verzögert hat. Ich habe es schon erwähnt, so richtig zu gucken gibt es aktuell noch nicht. Ich habe hier das Bild mitgebracht. Ja, es wird halt irgendwie ein Haus gebaut, Industriegebäude und relativ dicke Rohre dafür verlegt. Also die Tiefbau- und die Hochbauarbeiten sind im vollen Gange und werden vermutlich bis Ende des Jahres abgeschlossen, dass dann wirklich auch Anfang nächsten Jahres die Wärmepumpe aus Schweden in das Gebäude eingepasst werden kann. Unser Ziel ist es, nächsten Herbst in Betrieb zu gehen. Ja, es sieht aktuell sehr gut aus, weil tatsächlich relativ, also die Wasserpumpen, ja, die entscheidenden Bauteile sind aktuell, also nicht die Wärmepumpe, sondern die Flusswasser- und die Fernwärmepumpe. Und da sieht es gerade aus, dass sich das auf dem Zeitplan so realisieren lässt. Genau, und dann haben wir die ersten 20 MB am Netz. Man möge sich erinnern, 20 MB bei 900 MB Gesamtleistung im Fernwärmenetz ist ein erster Schritt, aber jetzt nicht der ganz große Wurf. Deswegen sind wir natürlich auch weiter dran, weitere Projekte auch mit Wärmepumpen zu entwickeln. Industrielle Abwärme, wenn sie denn nicht auf ausreichendem Temperaturniveau vorliegt, wird mit Wärmepumpen auf ein für uns nutzbares Temperaturniveau gehoben werden können. Rechenzentren sind da eine mögliche Option. Wir werden in unseren eigenen Anlagen, zum Beispiel im Rauchgas, die Wärme mit Wärmepumpen für die Fernwärme nutzbar machen. Aber das größte Potenzial, das wir haben, liegt eben im Rhein. Und da gehe ich davon aus, dass da dann auch mehr als nur 20 MB, sondern diese eingangs gezeigten 100 bis 150 MB bis spätestens 2030 realisierbar sein können. Danke schön. Herzlichen Dank. Wir kommen ja gleich nochmal zurück nach Mannheim. Aber jetzt gucken wir jetzt nochmal in die Metropole, nach Berlin. Und jetzt gucken wir jetzt mal in die Metropole, nach Berlin.